Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock Infinite. Ja, wir sind wieder da, wir müssen jetzt die Elisabeth retten, da vorne patrouillieren schon ein paar Idioten. Wir haben das Tor jetzt endlich aufgemacht, wir müssen sie retten, angeblich wartet sie schon sechs Monate auf mich, dass ich sie endlich rette. Nach jedem erfolgreichen Kill bis zu fünf wird der Schaden von Waffen erhöht. Okay, das muss ich natürlich gleich benutzen. So, schön angelegt. Das ist nämlich nice. Ja, eine Schwierigkeitsgrad haben wir mittlerweile auf normal, weil ich keinen Bock mehr gehabt habe, hier dauernd zu verrecken und zu failen. Da habe ich wirklich keinen Bock mehr drauf gehabt irgendwie. Und man bekommt hier auf normal auch schon genug auf die Fresse, wenn man nicht aufpasst. Und ja, mittlerweile ist es halt eben so schwer geworden, dass ich echt keine Lust mehr habe, das auf schwer zu spielen. Das macht dann nämlich keinen Spaß mehr. Und das Spiel soll Spaß machen und sobald ich merke, dass ich da wirklich keinen Bock mehr habe, lasse ich die. Da guckt mal, ich verrecke hier schon auf normal. Was denkt ihr dann, wie es abgeht auf schwer? Ich wäre dann schon tot gewesen jetzt. So. Muss ja nicht immer alles auf mega, mega, mega schwer sein, oder? Ich habe es zwar halt immer ganz gerne auf schwer, aber ja, dieses hier ist ein bisschen zu schwer. Okay, ich habe keine Mutti mehr dafür. Und los geht's, nackern. Oder warte mal, ich haue einfach ab. Ich haue einfach ab von denen. Ich kann mich am Arsch lecken. Ich muss noch ein Rister drüben. Du bist ja gar nichts, Liebes. Hast du da gut etwas? Ich habe es auch nicht. Ja, für dich, wenn du herkommst. Aber sowas von. Okay, wir müssen jetzt hier den ganzen Weg wieder zurücklaufen, weil jetzt haben wir ja das Tor geöffnet, endlich. Und ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube, das war irgendwo da hinten links, wie es ausschaut. War das Tor? Das ist jetzt offen. Was ist mit Comstock? Halt, die Gausch. Oh, wer schreit hier? Mich machst du kalt? Das will ich erst mal sehen. Das will ich erst mal sehen, bevor ich das glaube. Bin ich dir runtergelaufen? Ich glaube, ich bin gerade nicht runtergelaufen. Kann das sein? Ja, ich bin nicht runtergelaufen, Alter. Scheiße. Das wollte ich aber nicht. Ich sollte lieber dem Pfeil folgen. So, Pfeil. Zeig mir, wo es hingeht. Da muss ich lang. Okay. Und dann? Aha. Und dann jetzt? Wohin jetzt? Mann, das führt mich hier in den Kreis die ganze Zeit. Merkt ihr das? Leck mich am Arsch, Mann. Jetzt geht ihr nach oben und tötet die, was da oben sind. Nee, warte mal. Wo waren denn die eigentlich? Da sind sie. Okay. Warte mal. Wo komme ich hin zu denen hin? Wie komme ich zu denen? Hier durch? Hier lang? Versuch's mal. Ja, hier. Jawohl. Okay. Ich jump einfach mal hier hinunter jetzt. So. Ich glaube, ich muss da ganz hinunter. Ja, ich muss da ganz runter. Warte mal. Kann ich da nicht einfach runterspringen? Und das... Nee, geht gar nicht. Da sterbe ich. Okay, also muss ich den Weg nach unten finden. Dann folge ich mal hier ganz kurz nochmal diesen blöden Pfeil da. Ich hoffe, der bringt mich wieder nicht in den Kreis da herum wieder. Ich weiß, was ich meine. Nicht, dass ich wieder in den Kreis herlaufe. Wie davor schon. Das ist ja ein bisschen doof. Wo geht's denn da runter jetzt? Ja, guck. Das lässt mich die ganze Zeit hier im Kreis laufen. Was ist denn los hier, Alter? Bin ich jetzt hier ganz konfus und dumm? Oder was ist denn los hier? Wo geht's denn hier wieder runter? Gibt's ja nicht. Wo geht's runter, Mann? Hm. Also hier mal nicht. Nee, da mal sicher nicht. Okay, da geht's nur nach oben. Da geht's hier nicht nach unten. Vielleicht hier rüber. Kann das sein, dass ich hier lang muss? Nee. Ist das ein Bug, oder was ist hier los? Ja, durch das drüber kann ich nicht. Was hat er da... Scheiße, Mann! Muss ich vielleicht hier wieder nach oben? Nee. Es kann doch nicht sein, dass ich hier wieder nach oben muss und nicht nach unten muss. Scheiße, Mann. Okay, Wardens Office. Da kam ich ja jetzt her. Ja, da kam ich jetzt her. Ja, ihr wisst, was ich mache in den kleinen Cut, bis ich das gefunden habe, Leute. Dann müsst ihr das nicht zuschauen. Wir sehen uns gleich wieder. Hier war ein Aufzug. Ich bin ja so ein Trottel, Mann. Ich hab mich ja ganz vergessen. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche. Und wenn ich ihn herhole, wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Das ist jetzt Elisabeth finden. Sie sollte hier irgendwo sein. Die Seite erst mal mitgenommen, das ist immer schön. Oh, sie stöhnt. Oh, das sind die zwei. Chris, was ist das? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet, wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Aha. Naja, die sind immer noch ein bisschen creepy, die Typen. Du siehst, Booker, leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elisabeth, ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören. Ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Oh, das sieht aber alt aus. Habt ihr das gesehen? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst, überkommst du. Der unheimliche Tod. Nicht die Werte für mich gebrochen. Auch nicht die Indokrinien. Sei es kalt. Der Zeit vernichtet alles Druck. Selbstherr. Ich wollte kommen. Ich hätte einen Weg gefunden. Was ist das? Was steht da? Was wäre ein Hinweis? What the fuck, man? Leute. Dieses Spiel weiß, wie man einen Kung Fuß macht. Wirklich. Ich bin nicht so jetzt schon wieder. Nichts da zu spät. Nichts da zu spät. Nichts ist zu spät, mein Freund. Gar nichts. Ich bin da. Jetzt geht's los. Okay, kann ich das irgendwie kaputt machen oder so? Wo ist denn das? Wo geht denn das hin? Wow, wow. Hey, hey, hey. Alter. Wow, shit. Nee, nee, nee. Auf normal sterben wäre jetzt schon peinlich. Nein, 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 nein. Jetzt sterbe ich auch auf normal, Leute. Was bin ich denn für ein Kack, Nubi? Boah. Scheiße, Mann. Bin ich wirklich so scheiße diesmal, oder was? Bin ich echt so schlecht? Wo ist mein Skill hin? Wo ist mein Skill hin? Okay, 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 okay. Gut, ich hatte einfach nur Pech. Das hat nichts mit Skill zu tun, es war nur Pech, okay? Da seid ihr wohl alle einig, oder? Es war nur Pech. Ich bin gut. Wenn ich es mir einrede, dann stimmt es vielleicht. Boah. Okay, wow, wow. Dann kommen auch welche. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Okay, nachladen als erstes. Und zwar nur 10 Schuss, aber immerhin 10 Schuss, 10 Schuss. So, immer schön in Deckung bleiben, dann geht das schon. Alter. Nee, das Spiel ist schon ein bisschen heftig, muss man schon sagen, oder? Halt's Maul. So, Seite. Jawohl. Oh, da muss ich hin. Okay, 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 okay. Jetzt habe ich das wenigstens abgestellt, und konnte ich das jetzt ein bisschen... Wow, shit. Nein, auch noch so einer. Wow. Okay, ich bin am Arsch, Leute. Ich habe keine Muni mehr. Wie soll ich das schaffen ohne Muni? Und keine Salze mehr, auch noch. Das ist nicht schaffbar. Ich muss weg. Ja, und ich sterbe wieder. Also, man sieht schon, das Spiel ist auch auf normale heftig. Also, man hat wirklich extrem Munitionsmagen in letzter Zeit. Wie soll ich denn da irgendwas hinbekommen ohne Munition, Mann? Und jetzt kommt auch noch so ein Ding da. Da ist mir diese Scheiß da. Loswerden da, diese Dinger da. Ja, Dinger, ich nehme ja gerne Dinge in den Mund, ne? Die ganze Zeit sage ich immer nur Ding. Okay, kommt her, Mann. Kommt ein bisschen näher, damit ich heute Muni dann bekommen kann. Jawohl. So mag ich das. Yes. Boah, die sind aber fett gepanzert. Die sind echt fett gepanzert, muss man schon sagen. Und. Nein, so treffe ich natürlich nicht. Aber so treffe ich. Jawohl, der erste ist down. Ha, viele Muni haben die jetzt aber nicht wirklich gehabt, ne? Hm. So, das Ding ist auch down. Und jetzt wird sich wohl nichts anderes bringen, als hier zu sterben ein paar Mal. Um das hier zu schaffen. Weil so schaffe ich es nicht. Aber wenigstens schaffe ich es, hier durchzulaufen. Oh nein, es ist wieder so ein Streifding. Und das wird mich jetzt töten wahrscheinlich. Nein, wird es nicht. Okay, schön. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Nein, ich schaffe es nicht. Heftige Scheiße, Leute. Wirklich heftige Scheiße, das Spiel. Was sonst ist Anarchie, als ein Messer im Rücken unseres Propheten? Oh, ja. Slaberstuhl, Alter. So, ich muss mit aber erstmal diese da down kriegen. Und ich sterbe wieder. Aber mach ich gern, weil dann hab ich wieder volle Muni. Wah. Okay, nee, erstmal hier hoch. Erstmal hier hoch. Da muss ich hier lang. Scheiße. So, die Gernade toren sie mal down. What the fuck? Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Shit, ein Wirbelsturm. Oh, oh. Oh, oh. Okay, das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Muni, 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 muni. Jawohl, muni, muni, muni. Und was jetzt? Ah, da geht's weiter. Okay. Nee, ich hau ab jetzt. Ich lasse diesen Patrioten da hinten. Das ist mir wurscht. Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach. Ja. Au. Scheiße. Komm, hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies. Lies es. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab... Ach, Paris, Elisabeth. Du wolltest doch immer nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Okay, wir haben Elisabeth wieder. So. Ähm, wohin jetzt? Da raus, oder was? Okay, ich gehe mal vor. Ja, geh nach draußen und suche nach Comstocks Flaggschirm. Ja, was wissen wir mittlerweile, dass er das kann? Ja. So, wieder mal ein Aufzug. Und wir verlassen diese im Bereich. Und jetzt geht's weiter. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe. Bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. The Hand of the Prophet. The Hand of the Prophet. Alles mögliche und Heilung, wenn es geht. Jawohl. Sehr schön. Und auch Muni vielleicht. Ja. Gut. Alles haben wir. Alles haben wir. Das ist schön. Die Hand of the Prophet. Comstocks Flaggschiff. Wow, aber das ist ein fettes Flaggschiff, Mann. Wir machen das zusammen, oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David. Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinsfreude. Aufregend, der Start. Atemberaubend, die Flumkurve. Und erschreckend, der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Hm. Geschafft. Wenn du meinst. Lalalala. Oh. Wo siehst du das jetzt? Das sind keine Blindgänger, sondern... Na, da sind scheiß Prophetengänger da. Ne, zwei sogar. Munition? Ja, her damit. Wo denn? Gib her. Danke. Jetzt labert der. Yes. Das Salvengewehr. Schön. Und somit krieg ich diese Arschlächer Lockerdown. Komm, frisst meine Granaten, ihr Wichser. Oh, nicht zurückschießen. Jawohl. So hole ich mir mal in diesen Moskito da oben, dass er auch ein bisschen draufballert. Das ist natürlich auch sehr schön. Und ich habe noch... Ja, 17 Schuss habe ich noch. Plus 8 noch in meinem Magazin. Das sollte locker reichen für diese Wichser da. Oh, oh, oh. Du, wohin willst du denn? So, ich mache hier wieder einen Automaten dahin. Oh, Alter. Heiz, Maul. Du siehst bald gar nichts mehr. Du siehst bald die Rosetten von unten. Und mein Arschloch von innen. Ach nee, umgekehrt. So. Alles klar. Komm her, Mann. Na, was los? Na, was los? Was los? Was los? Was los? Was los? Was los? Was ist mit euch? Wow, scheiße. Scheiße, scheiße. Ja, schon gut. Brauche auch nicht mehr. Ich sterbe ohnehin gleich, wenn ich nicht so weitermache. Okay, Moskitochen brauchen. Moskito. Wow, scheiße. Waren das jetzt? Du warst das. Arschloch. Wow, fuck. Das hat mich fast erwischt. Was ist das für eine Panzerfaust? Nee, ich bleibe in meinem Salmgewehr. Yes, Gesundheit. Danke, Mann. Danke. Sehr schön. Yeah. So, ein Moskito nochmal. Irgendwo hier ist doch noch einer, oder? Wo ist er denn? Keine Ahnung, wo ist denn da noch ein Gegner? Hallo? Ah, da. Yeah. So, ich denke mal, ich habe alle. Nein, ich habe noch lange nicht alle. Das sind noch welche. Ja, ich suche ein bisschen schneller. Ah, okay, 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 okay. So, und. Boah. Yes. Danke. Danke. Ah, ohne Elisabeth macht es Spiel echt keinen Spaß. So. Was wollt ihr denn da drüben? Was wartet ihr? Wartet ihr auf das, oder? Ja, dann kriegt ihr auch das. Dann kriegt alles, was ihr wollt. Okay. Und wo ist die Hand of the Prophet? Hallo? Naja, egal. Ich gucke mal, ob ich hier noch was einsammeln kann. Es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben. Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Ja. 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 Das ist der Spruch, den wir am Anfang schon gehört haben. Und es geht auf zu Hand of the Prophet. Ja, ich habe es gemerkt. Okay, ne, wisst ihr was heute? Wir machen das beim nächsten Mal. Wir machen jetzt hier den kleinen Cut. Ich weiß, es ist verdammt spannend. Aber wir machen das beim nächsten Mal, weil ich möchte gleich von Anfang an beim nächsten Mal hier voll die Action haben und dann gleich zu Hand of the Prophet reinstürmen und den Wichser töten und dann ist das Spiel vielleicht vorbei, ja? Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.